Hüt jeidert in welten Platt daher. Darum noch eis. Guten Tag, Althusam. Guten Tag. Auf der Landesgartenschau wird auch platt gesprochen. Nicht nur Flyer in Plattdeutsch gibt es hier, auch mundartliche Führungen werden angeboten. Die ersten Gäste, eine Abiturklasse des Jahrgangs 1953 aus Angermünde. Wir waren ja Oella und sie beten ja, wir sind alle in dem Dreh, wie ich bin. Und haben gesagt, gestern haben wir wieder Treffen in Angermünde und haben gesagt, die Lager kicken wir uns an. Prenzlo gehört, das Uckermark, das Uckermark ist die Toskana des Norms. Ja, des Norms, das haben wir zwischengelernt. Es ist so schön hier und ich kenne inzwischen die Lager auch, also es lohnt sich, das anzukicken. Und so geht es platt über die Lager. Auch beim Mundartverein Erdbeernest hört man nur Gutes über die Landesgartenschau. Weil das einzig und ehemalig hier für die Stadtmogel geworden ist. Gelogen, meinst du. So schön ist Prenzlo noch nie wirst als tot Lager. Erstmal Dank an die Udrichter und auch Dank an die vielen Gäste, die gekommen sind. Und sich das hier an. Wir sind ja auch da nicht mehr die Jüngsten. Und innerhalb von den vielen Jahren, die wir hier erleben, so schön habe ich Prenzlo noch nicht erlebt. Vielen Dank.